...studio in Stuttgart, wie ist der aktuelle Stand der Zitterpartei? Auf jeden Fall, dass Baden-Württemberg wohl seit Bestehen des Bundeslandes noch nie eine spannendere Landtagswahl erlebt hat als diese. Schauen wir uns mal den letzten Stand der Hochrechnung an. In Baden-Württemberg ist im Moment der Stand. Die CDU kommt auf 39,0, die SPD 23,1, die Grünen zweitstärkste Partei 24,3. Ich bin Herrn Dursche, agrarpolitischer Sprecher der Grünen für den Wahlkreis Leonberg, wiedergewählt. Ich kann mir vorstellen, das war die Hölle auf Erden hier. Ich hätte mir das gut sagen, hausches sind ab. Nicht vorstellen können, dass wir in einem Land wie unser Land es hinkriegen, 20, 25, 30 oder noch mehr Prozent irgendwo zu kriegen. Unglaublich, unglaublich. Als mindestens zweitstärkste Gruppierung da zu stehen. Also schon allein, das wirft es um und das Signal, das von mir ausgeht, das ist ein Signal, das wird die Bundespolizei verändern. Da bin ich überzeugt davon. Und das werden fünf super spannende Jahre und das machen wir auch zusammen. Das ist ein kleines Erreiches Wir sind die offizielle Doktor Bernd-Murschel-Band! Untertitelung des ZDF für funk, 2017